Die haben mir gestern nicht gefahren. Oh, ich habe die beste Runde geformt. Ich bin noch im Ladebildschirm, es dauert noch einen Moment bei mir. Ach, das hast du aber jetzt mit einem anderen Charakter gemacht. Moment, Moment, Moment. Was ist überhaupt los, der eine muss zur Feuerwehr, der direkt Max anrufen können. Ich dachte, okay, ich spiele es im Game, irgendwo ist noch im Lade. Ja, dachte ich auch. Ich dachte mir, er brennt da, mein Gott. Und dann meine Bruder brennt. Hurra, hurra, das Brenn ist so. Es wäre so heiß, dass selbst eine Wohnung anfängt zu brennen. Erkennst du hier Party Animals? Wo er in der Tat sagt, ich sprenne, ich sprenne. Wo er nicht gerade angezündet hat, dann im Wachsland und das immer brändert. Alter, wollte ich mich verhorchen. Alter, ich habe wieder eine andere Karre ausgewählt und er gibt mir trotzdem die Party. Ich habe keine Chance. Ich habe einen Klammer, Motorrad. Ja, ich bin soweit. Ich komme nicht rein wieder. Ich bin natürlich jetzt heute komme ich zurück. Ja, fahr doch drüber, weißt du, tritt doch nach auf dem Boden. Naja, ich habe nur den Standort Motorrad. Ich habe eine Maschine, die ich besser kann. Nee, ich hatte ja, der Markus hat er hier ausgewählt. Ja, Fäf. Ich bin dann mal ihn vorbeigefahren in dir. Ich habe auch keine Fahrzeuge mit dem Charakter. Der meiste Silman letzten. Dann solltest du gleich wieder deine blonde Ding spielen. Die blonde Usche. Nee, auch mal nicht gut. Der Markus ist weg. Der wird das Ding gewinnen. Ja, ich habe das Ding gemacht. Es sei denn, da passiert jetzt irgendwas und vorhergesehenes. Nee, ich kann nicht wissen, dass er hier die eigenen Vorzeuge mittlerweile anmacht. Weil sonst noch immer alles gemacht hat. Und dann hat einer gesagt, mach die mal bitte an. Alles gut. Ja, ganz schön. Alles gut. Alles gut. Die gode. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich habe mich, wie heute auch, die blöden Ruf скitieren. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Was ist denn, was werden wir nicht machen? Du könntest auch wieder Haus machen, die eigenen Fahrzeuge. Das wurde vom Ziel noch gefallen, statt durchzufallen. Das war ja meine eigene Entscheidung. Der Rilko Kus wieder mit dem Ding durchgegeben. Das war ja meine eigene Entscheidung, den Parakter so zu wählen. Du bist Twitter. Zwei. Bye, bye, Baby. Die Person hat er mal gewonnen. Der Käftlein war 10 Punkte mehr als ich. Okay. So, was haben wir jetzt? Ach, hier ist schon wieder ein Casino. Ach, die Rennen sind ja vom Käft gemacht, damit er wieder Geld kriegt. Hä? Die haben sich von mir gemacht. Führ dich. Nein. Ach, Quatsch. Moritz, der Outfit wird immer schlimmer. So. Das ist hier so festgelegt bei der Map, dass du diese Fantasie aus dem Bus hast. Ach nee, so hessisch bin ja ich. Ich merke jetzt gerade, dass das gar keine Maske ist. Ich ruf mir kurz den Krankenwagen. Ich berufe es müde da. Das auch müde da, das hat selten wieder aus. Wie mit dem hergelaufen ist. Ich brauche es jetzt gerade hingehen. Oder wird ihr das jetzt live? Weiß ich nicht. Das wäre ziemlich strange, was hat das also abgeht? Und ja, ich habe gerade den Herzinfarkt meines Lebens bekommen. Achso. war komplett ruhig ich stehe da weil ich kann nicht weitergelaufen bin ich noch mal von hinten auch so dass ich erscheint von dem schuss ich habe richtig in der brust gemerkt ich habe das kann auch erler statt am schalter da kam auf einmal sonst wenn von hinten richtig erschrocken alter im moment auch so ruhig war keiner was gesagt hat ja so wieder ich unter morgens um kann man gut Markus, wo bist du? Hier! Alles drauf. Ich such dich ja genauso. Alter, ist das Asi. Was ist denn was? Was ist denn, Alter? Jawoll! Vor allem, ich renn vorbei. Ich seh nur vorbei rollen und den Schuss abgehen. So. Oh, Sven. Oh, Sven. Wie lange dauert. Ja, aber nur, weil Markus ist uns nicht eingeschworen, wo wir uns treffen wollen. In der Mitte. Nee, ich hab nur vorbei rollen, wenn ich dachte, scheiße, das warf. Dann schießt er auch nicht. Ich dachte, jetzt lebe ich danach, da kannst du. Ich hab aber auch nicht getroffen. Ich hab noch nie erst geschafft. Doch, ich hab noch nie erst geschafft. Dann hat er den zweiten, musste wieder nachladen, ist zu dir gelaufen. Ich war immer noch am nachladen, mich wollten eigentlich hauen. Ich hab noch lange schauen. Das ist mein Job. Musik. Ja, das ist der mittlere Raum. Damit bist du ja schon, wo ich bin. Der steht heute öfters bei irgendwelchen Räumen. Das kann doch nicht sein, dieser Scheiß, wenn das wieder gewinnt, das Ding. Ich wollte ja, ich wollte am liebsten sagen, Kev, ich glaub nicht so blöde Sprüche hinter dir kommt einer, aber durfte ich ja nicht. Alles gut? Alter, ich hab gewonnen. Respekt. Ja, wie wär das mit blinden Huhnen? Das ist etwas, was du kannst. Ich seh nur, der Kev hat den Markus niedergestreckt. Ich dachte, geil, das solltest du dir hinterher machen. Können sehen, was er macht. Ja. Oh, nee, das war schön. So. Was kommt denn jetzt? Oh, nö, Fahrradfahren ist doch da ernst. Kann doch auch Fahrradfahren. Oh Gott. Aber das kann ich mal Motorrad fahren. Wie soll ich es auf dem Fahrrad schaffen? Markus, machst du die eigene Fahrzeuge aus? Bei Fahrrädern. Bei Fahrrädern kann man nichts tun. Nun, dann noch Nacht. Was ist denn halt? Heute hat Gewitter, weißt du. Ach so, deswegen. Ich hab auch keine Kondition mit dem Account. Wehe beim Dingsrennen, äh, äh, äh. Aber wenigstens noch mal Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad, hey, hey, hey. Nein, ich bin der erste, der natürlich drüber gestammt ist doch. Nee, ist klar. Äh, ja. Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad, die Dame. Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad, die Dame. Woll... Sven hat eine, Sven hat eine Mahake. Sven hat eine, Sven hat eine Mahake. Alter! Enrico, will mich anspringen? Okay, das war's, ich hab keine Ausdauer mehr. Das ist sinnlos mit einem Account, der keinen Account Gelddauer hat. Nicht bemerken. Nein, keiner hat keine Ausdauer mehr, der kann nicht mehr, der ist am Ende. Jetzt zählt die Zeit runter, Alter, ich hoffe das ist bald zu Ende. Das ist das Ziel der Rampel. Oh Gott sei Dank. Ich hab keine Ausdauer mehr. Hm. Dass der Alien gewinnt. Ich hasse Fahrradform. Ich hasse Fahrradform. Dann wissen wir mal. So, was jetzt? Fahrradform? Das ist ja momentan die 3-fach-rp. Die, diese, diese, jede Kugel zählt und die Radrennen. Oder Motorradrennen. Deswegen werden wir wahrscheinlich diese Playlist nur auf dem Ding gestehen. Habe ich doch auch gesagt vorher. Hm? Was? Hm, nee. Ich hab das verloren vorhin. Nee, du hast doch gerade gesagt schon wieder sowas, so ein Modus. Was? Ja, das ist das. Könnte sich nicht mehr nehmen, wenn man aufnehmen. Die Passierung mit Haus oder ohne Haus? Das ist das komplette Ding. Das ist das komplette Ding. Die komplette mit. Oh. Ja, das ist das komplette Ding. Ja, da bist du. Ja, da bist du. Oh. Und du bist so. warte mal ein nehm ich mir doch mit ein kriege ich doch mit der waffe ins gesicht das problem der sollte man anfangen damit aufgedreht aber nur noch einfach so auf so auf was wenn es jetzt gut man hat nur zwei kugeln das ist nicht wahr du bist du ich würde die waffens gesicht ich werde verlieren ich habe noch ein ist eigentlich genau keps modus irgendwo stehen bleiben und ich bin nicht stehen geblieben ich bin gelaufen die ganze zeit ich wusste doch wo der erste wurde nicht hinfalls muss mit orientieren nein da steht der schätzliche tippe da oder war die enrico hat man eine runde gewonnen der dazu will ich nicht einfach der der ist einfach nicht und das einfach nicht ausgelastet ja 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 ich bin genau er hat mir gesagt das habe ich schon verstanden ich wollte pinkeln verliere jetzt dass ich ja sterben kann hätte ich doch keine ab von pegel nein das ist meine taktik ich hab das nicht mehr mitbekommen ah tschüss 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 Ja, das war doch Markus, ich habe gedacht, der Cap. Nein, ich habe der Rekord direkt am Anfang schon aus dem Spiel rausgenommen. Da musste ich vor lauter Freude gleich auf die Blume einhacken. Nee, hätte ich gewusst, dass das da Markus ist, hätte ich das anders gemacht. Der Hedge hat mit der Rolle gemacht, weil bei Cap brauche ich die Rolle nie. Aber der Hedge hat gerade genau durchs Treppengeländer. Nee, ich habe so nicht gedacht, du bist der Cap. Nein, ich war manchmal schon raus. Jetzt kriege ich gerade gar nichts hin. Wie jetzt? Ich habe noch keine Runde gewonnen. Er wird endlich wieder selbst. Ach so. Stimmt, ich gewinne ja nichts. Wir wollen alle nur mein Bestes. Naja, dass ich verliere, ich weiß. Die Kugel in deinem Kopf. Das Fenja will normalerweise nur dein bestes Stück. Der hat kein bestes Stück, die zwei Zentimeter Kampfstachel kannst du ja vergessen. Oh, Alter. nein nein ich hab dich gesehen ich wollte noch rolle machen und ich springen und er springt uns und riko schießt mich mein deinem video so am leben respekt ja ein video du musst springen damit du rauskommst das denkt man dass ich selber macht das ist doch nicht wahr schlag doch jetzt ist mir jetzt geht aber morgens war so gut gesehen ja wie gesagt ich wollte schlagen wo der dreh schlägt nach links da oben irgendwo die ecke das war ein bild für die götter nebeneinander und rennt aneinander vorbei ich hab das denn auf den schlägt der steht bei dem die rechts aber schlägt man lieber links um die ecke also auch in die anträge geschlagen auch schon wieder vorratform mir ist das auch schon sich